Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deiner2istich, Junge. Ich habe in der Vorfolge ja alle Safe-Code-Dinger da mal, äh alle Saves geholt und bin dann hier hinten tatsächlich irgendwie hingekommen. Wahrscheinlich mit einem ganz größeren Aufwand, wie betrieben hätte werden müssen. Aber ich bin der Meinung, dass ich hier noch nie war. Sogar ziemlich. Noch habe ich hier nichts Wichtiges gefunden. Dann, ich bin von da drüben hier rüber geflogen. Ich bin, Moment. Ich bin, auf diesem Gebäude ist so ein Pusteding. Da bin ich da rüber gegangen zu dem Wald. Da ist nichts, kann ich schon mal sagen. Da bin ich hier komplett rüber. Das war schon ziemlich knapp alles. Da bin ich von da oben hier rüber geflogen. Oh Gott, B drücken. Ich, äh, hat dann gerade so alles, wie gesagt, funktioniert. Es war wirklich schon sehr knapp. Aber man kann scheinbar auch irgendwie von da oben hier runter. Das heißt, wahrscheinlich, sieht einfach aus hier vielleicht rüber einfach. Müsste man von der anderen Stadtseite rüber. Okay, da gucken wir uns mal das Autowerk an. Äh, hoffe ich. Ja. Taschenlampe mit Tee. Okay, wir werden hier auch jetzt alles aufschließen. Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist einfach. Oh Gott. Okay. Nichts zum Plündern. Oh, schick. Falls ich hier schon mal war, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Weil immer, wenn sowas in der, in einer Mission ist, geht das alles immer so fix alles, dass ich da leider dann nicht mehr so einen Überblick drüber habe. Okay. Ist ja oben alles voller Kiwi-Aufkleber. Äh. Achso, das ist ein... Okay, das ist ein Bug. Hä? Ja. Okay. Äh, ich glaube, so langsam leuchtet es mir doch ein. Ich glaube, das war hier der damalige Weg rüber in die zweite Stadt. Nee, das war über eine Brücke. Oh, das war über eine Brücke. Ich glaube nicht, dass das... Nee. Ich glaube, da sind wir irgendwo anders lang. Wir sind jetzt hier gerade... Hier wären wir durch. Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg war. Ich glaube, der war hier oben. Dann durch so einen Tunnel durch. Kommen wir da hinten ernsthaft hin? Oh, ey. Das wäre... Das wäre ja... ...noch richtig, richtig viel zu entdecken dann hier. Da hätte ich ja hier noch kompletten Karten... ...kompletten... ...kompletten Karten-Ding hier... ...noch nicht entdeckt. Ach, WTF. Dann weiß ich ja, was schon mal eine nächste Mission ist. Äh, hier ging es doch... Ah, nee, runter. Ja, nicht hoch. Holy shit. Geil. Hier war ich definitiv noch nicht. So was von definitiv nicht. Krass. Da freue ich mich gerade. Ja. Ja. Okay, hier ist aber sonst... Da liegt was. Achso, Taschen. Daraus würde ich glaube ich nichts mehr nehmen. Alle, die müssen so krank stinken. Okay. Oh, da schwimmt sogar. Okay, sonst sehe ich hier weiter nichts gerade. Hier waren wir doch schon. Ja, doch. Hier waren wir schon. Okay, hier waren wir schon. Alles klar. Okay. Ich muss zwar diese Dinger hier hoch, genau. Hä? Ich glaube... Schon fast zu wissen, dass hier nichts... Er ist nicht gesprungen. Dass hier nichts war. Weiter. Weiter. Ich glaube nicht, dass hier etwas rauskommt. war. Okay. Halt dich fest. Halt dich an mir. Oh? Okay, das ist tatsächlich für hier. Ich dachte, ich komme da höher. Okay, das scheint hier noch für Low Level gewesen zu sein. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob man hier aufs Dach kommen kann. Das hier sagt mir auch noch was. In welche Richtung ist denn das? Das ist sogar in die... Dann waren wir hier safe. Äh. Okay, hier kommt man normalerweise scheinbar nicht hoch. Ich hab mich mal ein bisschen hochgeschummelt. Ah, da haben die Macher des Spiels wohl nicht drüber nachgedacht, dass man sich hier auch anders hochmogeln kann. Ne? Der schläft. Okay. Nein. Schade. Äh. Alter, ich kann mich nicht mal drehen. Ja. Jetzt. Ah, krass. Das war knapp. Konnte ich, glaube ich, damals noch nicht holen. Aber da muss es doch irgendeinen Weg geben, eigentlich hier hoch, oder nicht? Also einen, ich nenne es jetzt mal seriösen Weg. Äh. Dass hier auch jeder hochkommt. Ha. Wie gesagt, es kann alles sein, dass wir hier schon überall waren. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Okay, hier kommen wir nicht rein. Zuerst dachte ich, ehrlich gesagt, dass man hier, dass wir hier gestartet sind. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, hier ist wirklich dead end. Äh. Okay, das wird doch wirklich nix. Ja, lass los! Okay. Ja, und jetzt sind wir hier drauf. Nee, okay, dahinter. Habt ihr gerade gesehen, ne? Müsst ihr so kurz Pause drücken. Da war gerade wirklich... Nix mehr. Okay, müsst ihr da kurz Pause drücken. Ich krieg's nicht nochmal hin. Äh. Das heißt, auf diese Seite ist gar kein... Kommt mal nicht hin. Schade. Ich hätte echt gedacht, da kommt man irgendwie hin. Hupala. Dann würde ich sagen, wir versuchen da mal wieder rüber zu kommen. Ich hab die falsche Taste gewinnt. Sind wir in der Luft safe vor diesem Giftzeug da unten? Oh Gott, das Gefühl, ja. Können wir hier mal... Das ist auch nur Solar. Freie Solar. Ja. Oh Gott. Da sollte man nicht hin. Äh. Auf Sachs sollte man wahrscheinlich auch nicht kommen. Ist das die... Große Frage. What the fuck? Sollte man da rüber kommen können? Ich... Okay. Da wird man zurückgesetzt. Holy nein. What? What? Okay. Wir waren hier. Wieso kommt man da nicht hin? Wieso kommt man denn da nicht hin? Das ist ja... Frech jetzt ehrlich gesagt. Das ist jetzt echt frech. Warte mal. In welche Riechen müssen wir dann? Genau in die andere. Das ist aber... Wieso lässt er uns da nicht hin? Wieso lässt er uns da nicht hin? Okay. What the fuck? Okay. Das war ich nicht. Ich habe mich gerade erschrocken. Okay. Ihr schafft es normalerweise immer. Wie ihr gerade gemerkt habt. Also relativ knapp, wie gesagt. Wie schon, ich glaube, zu Anfang des Videos gesagt. Jetzt seht ihr genau den... Äh. Wie ich es geschafft habe. Weil hier könnt ihr euch hochziehen. Dann habt ihr da oben wieder ein bisschen safe. Seid ihr da oben ein bisschen safer? Ich weiß nicht, ob man auf das Dach hier kommen sollte. Hier ist die Kirche und wir... Ich müsste nach da hinten kommen. Nach da. Da müsste man noch hinkommen, wenn es das gibt oder nicht. Boah. Ich würde es gerne auch auf der Karte irgendwie gekennzeichnet sehen. Da. Okay. Okay. Ich hoffe, ich komme da auf das Dach rüber. Hier steht theoretisch, die ich tatsächlich... gerade exakt davor. Aber nein. Das wird nix. Das wird leider nix. Ich kann eine andere Sache versuchen. Ich werde da gleich wieder zurückgesetzt. Dann war es das für mich hier in der Ecke auch. Ja. Ja. Schade. Also die Ecke dahin kann man leider nicht... erkunden. Erkunden. Ich weiß auch nicht, warum dann das angezeigt wird. Finde ich sehr schade, ehrlich gesagt. Und ich würde mir tatsächlich sogar eine Mod holen, die halt dieses Ende des Gebiets einfach sagt, ist doch kein Ende des Gebiets, sondern dass man das einfach weiterhin hier hinten erkunden kann. Aber klar, in den meisten Fällen ist da halt auch wirklich nichts mehr, beziehungsweise halt... alles verbuggt oder freischwebend, sage ich jetzt einfach mal. Also lohnt es sich in den meisten Fällen eigentlich sowieso nicht. Das braucht ihr nicht schreiben, das weiß ich. Aber ich würde es trotzdem gerne, weil ich mag sowas. Diese Dead Ends auszulützen. Ja. Gut. Dann haben wir doch tatsächlich hier hinten alles erkundschaftet. Und ich würde sagen, dass wir hier hinten das als nächstes mal angucken, in Angriff nehmen. Das mit den Enten geht leider nicht. Also immer noch nicht. Äh, Windrad Fichte geht immer noch nicht. Und diese ganzen Enten einsammeln, diese... Wie heißen die denn? Red Eye? Diese bösen Enten, nenn ich es mal, die in den Schließfächer manchmal drin sind. Kann ich auch nicht einsammeln. Ja. Oh. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich und gebt da oben... Warte mal. Nochmal. Abonniert mich, gebt da oben nach oben und schreibt den Kommentar, wenn ich das Video gefallen hat. Tschüss.